So, ein kleines Update. Hier sieht das Ganze aus. Hier kommt noch ein Schmied hin, natürlich nachher. Vielleicht sogar eine kleine Kutsche, obwohl jetzt der Schmied gerade das eine Pferd mit Hufeisen besohlen will. Ja, hier diese Figuren, letztens auf dem Flohmarkt gefunden. Auch den alten Citroen hier, als Taxe. Noch so eine andere, noch so eine, noch Mercedes hier, so eine Taxe, älter, aber finde ich auch so schön. Dann, ja, und den Eisenbahnwaggon hier mit dem Container. Da sind hier so kleinere Container, finde ich gauern immer so schlecht. Ne? Ich finde, das hat was. So. So habe ich mir das gedacht, wie ich das jetzt auch mit den Lampenattreppen hier, die Dinger hier, Stromarten, Dinger hier, die mache ich hier oben und mache ich noch an den Spitzen ein bisschen weiß. Das kann man immer noch mal einen kleinen Pinsel und dann immer noch einen Tupfer rauf. Das sind noch so Feinheiten dann, ne? Ähm, ja, die Stöcher habe ich wieder geklebt. Die haben wir auswärts abgebrochen. Aber mit Sekundenkleber klebt alles, ne? Ja, so, jetzt habe ich hier so eine Einfahrt. Aber ich habe überlegt, hier kommt ja dein Pferdekoppel hin. Mit den Pferden. Und hier muss irgendwie noch, ja, so ein kleiner Stall oder sowas da hin. Irgendwo die, oder hier so, ja, wo die Pferde gerade gestriegelt werden. Und dann, sowas habe ich auch noch von der Firma noch. Ähm, ja, werde ich noch irgendwie hinmachen. Und ob der Baum da wirklich hinkommt, weiß ich noch nicht. Hier soll auch noch irgendwas hin. Mit, ähm, ein paar Schweine und, ja. Mal gucken. Oder da hin. Äh, nein, mal gucken. Ja, das sind so Feinheiten, die mache ich dann noch. Ähm, ja, alles Stück für Stück. Oh, heute ist es hier wieder so warm hier oben. Da habe ich schon wieder keine Lust, was zu machen, weil es so schwul und drücken will. Äh, durch den Regen, glaube ich, wird das noch schlimmer. Obwohl das gestern und heute Morgen echt angenehm war. Naja, und das Loch hier noch in der Straße flicken. Ich muss schon Speichelmaßern nehmen. Auch noch machen. Die Straße werde ich dann mit so einem feinen Sand. Das soll dann so eine Schöderstraße werden. Das ist ja nichts, dann soll ja nichts Tolles werden hier. Weil das ja Ländliches ist hier. Soll ja keine dicke Hauptstraße werden hier. Mh, ja. Aber ich finde ja schon mal, das sieht schon mal gar nicht mal schlecht aus, was ich jetzt hier so gemacht habe. Die Häuser werden natürlich alle noch gealtert. Bösen wir schauen, schon hier oben noch Spaß gemacht. Äh, ja. Ein Schmied kommt hier noch hin. Da kommt ein Bauer und ich habe, glaube ich, hier sogar ein Bauer und sowas alles hier noch drin. Auch welche mit Schaufel. Ja. Mal gucken. Wird ja auch interessant. Die Wassermühle wird noch gealtert. Das sieht mir alles so neu aus. Bisschen Moos noch dran. Und, ja. Allgemein mit Farben, Aldern. Das sieht alles so einheitlich aus, ne. Also, langweilig. Jo, gut. Und hier. Naja, mal sehen. Oh. Man sollte nicht zu schnell aus der Auge rausgehen. Oh, komm. So. Ja, wie gesagt, den Kran habe ich auch noch geklebt. Dem werde ich auch noch irgendwo in Einsatz bringen. Jo. Aber ich denke mal. Heute ist schon wieder Sonntag. Heute werde ich nichts machen, ja. Gutes Wetter. Gestern konnte man wenigstens noch was machen. Weil es ja nicht ganz so warm war. Weil es auch bedöckt war. Aber ich finde, das kann man ja schon leser sehen lassen. Also vorher mit den Häusern, das gefiel mir nicht so. Aber so jetzt das Ländliche finde ich schon sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Jo. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, ne. Und. Jo. Also nächstes Wochenende denke ich mal schon. Komm auch wieder. Werde ich auch noch mal ein paar Videos machen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Mal gucken, wie das nächste Wochenende ist. Das Wetter. So ja, wieder wärmer werden. Wenn das denn hier so. hohen, zu, er allgemein dann zu warm und zu spülen und zu drücken ist. Macht das keine Freude, ne. Jo. Auch wenn man gerne hier bastelt und baut. Ich sag mal so, 20, 25 Grad reichen auch. Müssen keine 36 sein, ne. Jo. Gut, okay. Aber mal wieder ein Stückchen weiter gekommen. Und das mit den ländlichen, äh, gefällt mir sehr gut. Bevor ich jetzt hier wieder, ähm, diese Häuser da, die ich ja da vorher hatte, ähm, da hinsetze, gefällt mir das mit den ländlichen besser. Was ich eigentlich auch machen wollte. Auch mit der Wassermühle da. Jo. Gut. Okay. Dann bis zum nächsten wieder, äh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Sonntag. Na, bis dann.